Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Battlefield 2042 Zero Hour. Das brandneue Update ist nun da, nachdem ich eine Stunde lang im Ladebildschirm hing und gewartet habe, bis es losging. Erstens habe ich keine Spiele gefunden, dann gab es Matchmaking-Probleme und dann gab es einen Error. Jetzt soll alles gefixt sein und ich bin sehr gespannt, wie gut die Map sich spielen wird und ob Battlefield wieder zu seiner alten Stärke kommen wird. So sieht die ganze Map auf jeden Fall aus, ist ziemlich offen und erinnere mich ein bisschen an Battlefield 3 und Battlefield 4 und es gibt jetzt in Battlefield 2042 endlich etwas, was wir uns alle als Fans lange gewünscht haben. Einen Battlepass! Ja sicher, mit einem Helikopter, mit einer neuen Waffe und einem neuen Spezialisten. Und ich habe keine Ahnung, warum ein kleiner Buggy einen ganzen fetten Panzer schieben kann. Aber wir gucken einfach mal, was uns denn heute erwartet und ich lade das genauso hoch, wie uns das ja auch erwartet. Und wenn das Game ich vielleicht wieder catch, werde ich vielleicht öfter wieder in Battlefield 2042 reingucken. Es ist bei der Fall überhaupt nicht laut, aber wir gucken mal. So, ich steig mal aus hier und pass mal in meine Waffe an. Echo 1 sicher. So. Und so sieht das ganze Spektakel dann aus. Wild. Wild. Ziemlich eine offene Map, finde ich. Ich habe leider noch nicht herausgefunden. Vielleicht liegt es an mir, wie man mit einem Panzer da hochkommt. Ich glaube, es gibt zwei Spots. Aber wir können jetzt zum Beispiel diesen Helikopter, der leider außer... mit einer Fairlink-Rakete. Na? Na? Ah! Habe ich ihn erwischt? Ah, das war nur Fahrzeugschaden. Verdammt! Das muss ich nochmal üben. Das muss ich nochmal üben. Seitdem wir Glück und können es nochmal probieren. Mit einer Fairlink-Rakete kann der Spezialist den Operate... den Helikopter wegmähen. Also Luftobjekte. Man muss aber eins sagen, das Game sieht auf jeden Fall schon sehr episch aus. Finde ich, kann man nicht anders behaupten. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, warum... hat dieses Game die Leute nicht gecatcht. Vielleicht könnt ihr es dir mal in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Abgesehen von den ganzen Bugs. Na? Sag mal nach. Komm, hier können wir uns künnen. Bravo, genau. Echo 2 wird von russischen Truppen attackiert. Boah, vorbeigezogen. Er ist zu nah. Er ist doch gut, ich will hier raus. Zu nah dran, der Helikopter gewesen. Zu nah dran. Alter, die schießt die Kanone aber auch da raus, ne? Boah. Ich hätte gerne Lust, einen Helikopter mal zu fliegen auf der Karte. Aber so sieht die Map halt aus. Es ist cool. Es ist cool. Also ich... Zum Kampf hier. E2 wird gerade vom Feind eingenommen. So, der ist... Ah, verdammt. Verdammt. Und ich finde leider, dass Battlefield 2042 leider immer noch nicht so gut optimiert ist. Wir sichern jetzt Echo. Also immer noch nicht. Nicht mal nach sieben Monaten... Oh, warte mal. Ne, nicht mal nach sieben Monaten. Das ist schon was, ne? Ihr seht es ja, wie es ruckelt. Ich habe eine 3090. Junge, da ist ein Helikopter. Was machst du denn? Mal raus hier. Aus der Reichweite. Komm näher, komm näher. Ah, ich glaube, der ist so weit weg. Hä? Jo. Ah, schon wieder. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Im letzten Moment. Links getroffen. Halb besoffen. Im letzten Moment. Du willst mich doch flachsen. Ist er dead? Ja. Alter. Ey. Ey. Im letzten Moment. Das sieht aber schon wild aus, ne? Wenn man da runterjumpt, so. Alter. Fallschirm hier? Warte mal. Boah, das ist schon geil. Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Guck mal, hier sind auch so Seilwinden. Oh, aua. Er hat mir so einen Stahlträger in die Fresse gehauen. Ja, ist das geil gemacht. Aber es läuft nicht so rund, das Game. Und ich spiele auf hoch, ne? Auf hoch. Weil der 3090, die übertaktet ist. Machen wir mal Ruhe hier im Kessel, Junge. Machen wir mal Ruhe hier im Kessel. Mal weg. Bruno Mars, gefällt das. Mal vorrücken. Ich weiß nicht mal, welche Waffe ich gerade ausgewählt habe. Ich versuche mal D zu holen. Geht noch lange nicht auf, aber sie sind angeschlagen. Die Russen kontrollieren die meisten Vektoren. Vielleicht muss ich mit der Waffe in Salven schießen. Boah, ich sehe den gar nicht. Guck mal. Ich habe ihn einfach... Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Er war einfach nicht vorhanden. Big Baby Jesus. Alter. Warum gönn wir mal einen Helikopter? Ist aber nicht so gut optimiert, die Karte, finde ich. Also, so von der Performance her. Guck mal, diese Nachlader immer... Oh mein Gott. Ey, warte mal. Ich muss mir gleich mal vielleicht die Waffe wechseln. Es gibt ja... ...ne neue Waffe. Und eben wie so eine... Ähm... Und eine Armbrust. Haben sie jetzt reingebracht, ne? Wie komme ich denn da rüber? Ich versuche es mal. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Oh, Junge. Geh los. Alter. Die habe ich einmal nicht kommen sehen. Okay, man muss umlaufen. Man muss umlaufen. Lass mich spawnen. Ihr könnt ja mal eure, äh... Erfahrungen mit der Karte in die Kommentare schreiben. Warte, ich will nochmal. Komm. Oh ey, der Spawn ist ja manchmal übelst eklig. Du spawnst und hast recht... Eines unserer Ziele. Gut, dass die kaum treffen. Wann geht das eigentlich? Okay, das geht. Das haben wir dann auch festgestellt. So. Es hat seine Momente. Kann man nicht anders sagen, aber... Wenn das jetzt noch mit 30, 40 FPS besser laufen würde. Oh, Alter, wo fliege ich hin? Warte. Hä? Aber, Junge. Na, Sport. Gönn mal deine Waffe. Was ist das denn? Oh, mein Gott. Greif ich nicht. Alter, was ist das denn? Hä? Einmal hin. An den jemanden Revival lang ist Free Kill. Der ist aber geflaxst worden von mir. Alter. Wilder Spot hier. Warte mal, wir müssen mal nachladen. Was ist das für eine Waffe, Leute? Sind das Bots, Alter? Der ist ja... War das ein Bot? Kräft nicht. Ey, ich bin so schlecht. Oh. Warte mal, hä? Und er steht. Bleib stehen. Ne, ist kein Bot. Ja, aber traurig. Das ist wie bei Battlefront, dass die Bots dann die Lobby füllen. Wir haben aber schon einen wilden Spot hier, ne? Ah, warum bewegst du dich? Nein! Ey, was geht? Hey, ey, ey! Au! Komm, der gehört jetzt mir. Der gehört jetzt diesmal mir. Der macht mir zu krasse Manöver, den krieg ich nicht. Den krieg ich nicht, Leute. Nur noch einen Schuss, ne? Und schießt der? Scheiße! Stell auf, Junge! Oh! Erdick! Ey, geh mal raus aus mir! Was bist du denn für eine... Aber gut, war ne, war ne interessante Runde. Es gibt mir auch mal einen Helikopter hier. Nehmen wir mal hier rein, guck mal. Dann mal da reinlasern. Alter, was... Was passiert da? Das ist so verpackt noch. Aus dir. Dankeschön, Juli! Rein da rein, da rein, da rein, da. Mal auf die Tür. Mal auf die Tür. Charly, Zilo unter Kontrolle. Leck vor, sicher. Ey, jetzt. Da passe ich doch wohl durch. Wir haben ein Ziel verloren. Das ist gut. Ich höre so viele Steps. Wie schlecht bist du denn? Oh. Oh, wir sehen die an. War das jetzt gerade Bots, die ich gekillt habe? Oder war das... Ich weiß nicht, war das Spiel oder Bots? Ich weiß es nicht. So. Der hat hier aber auch ein Kommando drauf. Ja. Alter, der hat es aber gescheppert in der Bude. Der hat es aber gescheppert in der Bude. Ja, komm. Ja, geil. Respawn-Timer mal wieder. Ist klar. Warum ist das überhaupt? So. Boah. Jetzt haben die Gegner verloren, Leute. Es ist mir leider aber ein bisschen zu in-performant, das Spiel. Also ist nicht so smooth. Wisst ihr, was ich meine? Der fällt einfach vom Himmel. Na klar. Komm jetzt erst mal wieder. Nur, dass du auch die Wand nicht kaputt machen kannst, ne? Also, es ist so traurig. Du kannst einfach die Scheiß Wand kaputt machen. Du kannst die Wand nicht kaputt schießen. Warum? Das ist nicht mein Battlefield. So. Gibt es hier keinen Little Bird? Und so, guck mal, der fliegt Kampfjet. Hier kann... Gibt es hier keinen Little... Ich sehe hier nie einen Little Bird rumfliegen. Boah, Junge. Der Spot ist aber wild. Kann man das hart eigentlich ausschalten? Ich frage für einen Freund. Sieht schon geil aus, ne? Ihre Ressourcen sind runter auf 50%. Boah, Junge. Das ist schon geil. Vergesst es. Ignoriert mich einfach. Aber wir können zu C fliegen. Guck mal. Ist natürlich die Frage, ob ich es genau da rein schaffe. Ich glaube, wir stürzen... Ich glaube, wir sind zu... Oder? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu tief, ne? Hey, warum halte ich den Fallschirm nicht mehr fest? Leute! Ich... Hey, was? Was? Aber wann kann man denn mit dem Fallschirm... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo? Versorgungsabbruch verfügbar. Wir können ihn jederzeit schicken. Wir sichern Ziel, Charlie 1. Granate geworfen! Toll, ich bin alleine hier, Allah. Ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn das machen, alleine? Sag mir das doch jemand, Uwe! Ich will einmal Helikopter auf dem Meer fliegen. Nur ein einziges Mal. Gebt nicht. Gebt nicht. Machen die nicht. Er fliegt die ganze Zeit rum wie der junge Adler, aber... Heilige Makrele. Das sind doch Bots, oder? Nee, Bad Company Italy ist kein Bot. Oh, hinter mir hinter mir. Danke, Mann. Einer, der mich heilt. Ich glaube es ja gar nicht. Komm, Leute, nimmt ein. Wie futuristisch das hier ist, ne? Er meint! Das machen wir. Irre. Wissen Sie, dass hier... Das ist das Areal der Karte, oder was? Oh, reißt hier. Oh, Junge, der Schrei. Wir machen mal ne Taschenlampe an. Der hat ne Taschenlampe. Haben wir nicht. Falldämpfer. Oh, oh. Ich bin da, der Meinung. Wenn sie ein bisschen am Arsch sind, ne? Weiß ich. Irgendwie andersrum. Oh, mein Elm. Oh Gott, hier konnte ich den treffen. Komm hier, Freddy Boy. Ja! Oh, oh, oh. In deren Healing Station wir den Arsch getötet haben. Oh, schade. Schade, Junge. Aber war ne wilde Runde. Weil ich frag mich immer, man fühlt sich dann so geil, weil man gegen die spielt, ob das Brot sind. Komm. Kann man hier nicht hier fliegen, Mann. Die Runde war nice, Leute, oder? Schön. Wir haben einen Sektor Charlie, Herr Hohmann. Hab einen erledigt. Sagt nach. Hier war vorhin ne Healing. Oh, das war, das war unglücklich. Scheiße, wir verlieren die Runde. Ja, Helikopter gibt's irgendwie hier nicht. Ich weiß nicht warum, aber nö. Nö, einfach nicht. Wir haben den NET-Code überarbeitet. Alle Sektoren Rückzug. Die Schlacht ist verloren. Wir brauchen heute nicht noch mehr Verluste. Ihr habt's gehört, Leute. Die Schlacht ist verloren. Aber, wir hatten einmal ne richtig geile Runde, Leute. Die hat auch Spaß gemacht. Ich muss jetzt sagen, so, meine Review zum Map spielen. Also, ich finde die Map cool. Was ich bei Battlefield 2042 super schade finde, ist, dass das Spiel so in performant läuft. Also, dass es nicht so... Wisst ihr, was ich meine? So, wenn du mal Rainbow spielst oder sowas, ein anderer Shooter, es ist alles so flüssig, so schön. Du hast das gutes Gefühl. Du hast ein gutes Waffengefühl. Bei Battlefield 2042 ist das alles irgendwie nicht so vorhanden. Da fand ich es bei Battlefield 5 und so, finde ich auch ein bisschen geiler, muss ich ehrlich sagen. Oder Battlefield 1. Hier finde ich es eher eine herbe Enttäuschung, muss ich sagen. Und es ist halt auch übelst verpackt. Guck mal, ich habe eigentlich Punkte gemacht. Und hört ihr das? Ist alles verpackt. Ich bin manchmal der Meinung, dieses Game hätte es niemals geben dürfen. Aber wir haben dennoch den Battle Pass erreicht. Mal wieder Level 1. Ich habe keine Ahnung, warum. Welchen Pass haben wir denn jetzt? 5. Aber warum steht hier 1? Ich verstehe es nicht. Naja. Bin gespannt auf eure Meinung. Vielleicht könnt ihr was in die Kommentare schreiben. Und das ist das neue Update für Battlefield 2042. Ja, ist cool. So. Wenn man ein Auge zudelt oder zwei.